Unsere gemeinsame Reise zu unserer Selbsterkenntnis und achtsamer Lebensweise. Als erstes erforschen wir, warum es uns so schwerfällt, unsere Emotionen zu regulieren und wie das Verhalten von Gefühlen und Emotionen bei Trauma aussieht. Gleich mit einer Geschichte für dich. Jana kämpfte mit starken Gefühlen, die auf ihre Sicht aktuelle Ereignisse auswirken. Beispielsweise setzte sich ihr Mann abends, wenn er nach Hause kam, gern vor dem Fernsehen, um sich nach einem langen Arbeitstag zu entspannen. Die Folge war, dass Jana sich von ihm zunehmend ignoriert fühlte und sie warf ihm wütend vor, du liebst mich nicht. Als er daraufhin das Fernsehen ausschaltete und versuchte, die Verbindung zu seiner Frau wiederherzustellen, wies sie ihn zurück und sagte, wäre ich dir wirklich wichtig, bräuchte ich nicht um deine Aufmerksamkeit zu betteln. Ratlos zuckte ihr Mann die Achseln, weil er sich nicht in der Lage fühlte, Jana zu zeigen, dass er sie liebte. Das war ein Zitat aus dem Buch von Ariel Schwarz, Arbeitsbuchkomplexe PTBS. Ähnliche Situationen kennen, glaube ich, viele, nicht nur traumatisierte Menschen. Zu diesem Fallbeispiel fällt vielleicht einigen von euch der Buchtitel von Paul Watzlawick ein »Wenn du mich wirklich liebtest, würdest du gern Knoblauch essen«. In ähnlichen Situationen, wie die zwei erwähnten, werden wir von unseren Emotionen überwältigt. Es fällt uns dann sehr schwer, die Lage und die Beteiligten in angemessener Weise zu reflektieren. Bei Jana in dem genannten Beispiel ist die Sicherung der Kognition rausgeflogen, weil die Emotionszentren im Gehirn so stark aktiviert waren. Also, unser guter Bekannte, die Amygdala, war ja wieder im Spiel. Die Amygdala sorgte erneut dafür, einer Gefahr bewusst zu werden und Alarm zu schlagen. Das Verhalten wurde so durch die Emotionen geleitet, ohne jegliche Logik und Verstand. Wie es zustande kommen kann, haben wir in den vergangenen Folgen bereits erkannt. Wenn jemand ohne Entwicklungstraumata diese sogenannte kognitive Dysfunktion anwendet, und zwar als erlerntes Denkmuster, zum Beispiel seine Eltern, wurde aber in seiner Kindheit nicht misshandelt, missbraucht oder vernachlässigt, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Behandlung und Korrektur des Verhaltens auf ausschließlich kognitiver Ebene wirksam sein wird. Aber so oder so, eins ist uns, glaube ich, klar geworden. Hier wurde zu wenig Achtsamkeit praktiziert, weil Jana zu wenig Aufmerksamkeit ihrer eigenen Reaktionen, Gedanken und den gesagten Worte geschenkt hat. Sie hat es versäumt, ihr Verhalten zu reflektieren, und ihre scharfe Anschuldigung ihres Mannes war eine reflexartige Reaktion, Stichwort Amygdala, und zwar darauf, dass ihr Mann gern vor dem Fernsehen wortlos entspannte. Und wie wir alle wissen, an sich hat diese Tatsache nichts damit zu tun, ob ihr Mann sie liebt oder nicht. Jetzt fragst du wahrscheinlich, naja, wie verläuft denn unsere Emotionsregulation mit Entwicklungstraumata ab? Die Emotionsregulation von Menschen mit Entwicklungstrauma verläuft ganz anders als jene von Menschen, die in einem intakten Umfeld aufgewachsen sind. Der Unterschied liegt darin, dass wir in ähnlichen Fällen, wie Jana erlebte, stark dazu neigen, Dinge abzustreiten oder gekränkt zu sein, uns gegenüber Schmerz zu verschließen oder von all dem abzuspalten, was geschah. Also wir gehen auf Distanz und lösen den Kontakt sowohl uns selbst als auch zu den anderen auf. So erleben wir Situationen, die kommen dir sicherlich bekannt vor, dass wir sehr schnell gekränkt sind oder nicht weinen können, obwohl wir Grund dafür haben, wie beispielsweise nach schweren Verlusten. Auch die Unfähigkeit, Emotionen zu zeigen, kann uns charakterisieren. Es liegen zahlreiche Studien der somatischen Psychologie vor, welche unter anderem mit solchen Phänomenen beschäftigen. Sich vor Schmerzen zu verschließen, Fakten der Realität zu leugnen oder auf Distanz zu gehen, kann uns daran hindern, die Welt und das Leben in der Lebendigkeit zu erfahren. Eine selektive Aussortierung von Gefühlen ist uns nämlich nicht möglich. Entweder ich kann alle Gefühle und verschiedene Intensitäten der Gefühle oder gar keine Emotionen empfinden. Im ersten Fall sind die häufig auftretenden Gefühle der Überwältigung, Angst, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, tiefe Einsamkeit, Scham, unfaire oder ungerechte Behandlung, Depression und das Nicht-mehr-Leben-Wollen präsent. Diese entstehen meistens durch den Verlust sozialer Bezüge und Umfeld und die daraus entstandenen Einsamkeit und Isolation. Wenn wir Freundschaften oder unsere Arbeitsstelle verlieren, können dafür Beispiele sein. Und da gibt es noch zwei ganz wichtige Gefühle von uns. Und zwar Verlust vom Vertrauen und das Gefühl der Verlassenheit. Diese gehören zu den stärksten, überwältigenden Gefühlen von Überlebenden. Im zweiten Fall, also wenn wir gar keine Emotionen mehr empfinden können, werden die Gefühle als Verteidigungsmaßnahme unterdrückt oder werden sie geleugnet oder in einem Suchtverhalten ausgelebt und alle unangenehmen Empfindungen, Erinnerungen oder Emotionen werden aus dem Leben verbannt. Wir betäuben uns selbst. Kennst du das? Häufig durch überdimensionale Essen oder genau andersrum, kaum mehr wird gegessen und die Gefühle als ein Asket durch das Hungern erdrückt. Nicht selten Drogen wie regelmäßiges Alkohol, Zigaretten oder Drogenkonsum betäuben unseren Schmerz. Die Sucht ist dann nicht mehr weit entfernt, wobei wir erneut unsere Kontrolle über unser Leben verlieren. Damals wurde die Kontrolle uns genommen, heute gehen wir die Kontrolle nicht selten freiwillig und vor allem unbewusst ab. Auch ich litt fast 20 Jahre lang unter Bulimie. Es war ein Ventil bei mir dafür, die innere Anspannung aufzulösen, weil ich keinen anderen heilsamen Weg dafür kannte, ohne mir dabei wehzutun. Wenn wir unsere Gefühle also in Übermaß als Überwältigung oder gar nicht mehr bewusst erleben, dann diese werden unter der Oberfläche als physiologische, also körperliche und neurologische und organische Symptome ausgedrückt und erlebt. Gefühle und Emotionen fühlen und erfahren zu können, muss aber ein Körpergefühl und Körpergewahrsein vorhanden sein. Um diese Fähigkeit zu schärfen, damit auch deine Selbstwahrnehmung und Selbstregulation zu schulen, lade ich dich zur folgenden Übung ein. Hör dir die traumasensitive Imaginationsübung aus der letzten Folge, Der innere Garten, nochmal an. Und jetzt greife zum Papier und stift und halte dir schriftlich fest, wie dein innerer Garten aussah, welche Körperempfindungen du in deinem Garten erlebt hast, und stell dir den Garten immer wieder vor, beziehungsweise höre dir die Imagination immer wieder an. Achte dabei besonders auf deine Körperwahrnehmung und male dir immer mehr Details aus. Wie hat sich dein Rücken angefühlt? Und deine Beine auf dem Boden? Hast du sie gespürt? Wie war deine Bewegung beim Spazieren? Was genau hast du an der Wasserstelle gemacht? Je öfters du das tust, umso leichter und sicherer kannst du mit den sicheren und heilsamen Körperempfindungen und damit verbundenen Emotionen nötigenfalls in Verbindung treten. Jetzt sind wir das glasklar, um unsere Gefühle und Emotionen fühlen und erfahren zu können, brauchen wir unseren Körper. Aus neurobiologischer Sicht ist es eindeutig, dass frühkindliche Erinnerungen aus den sogenannten infantilen Amnesiezeiten, also zwischen 0 und 3 Jahren nicht an die Oberfläche gefördert werden können. Für diese Erinnerungen, wo es noch kein bildliches und sprachliches Gedächtnis gab und welche sich in unbewusstem Bereich unseres Gehirns befinden, ist Achtsamkeit ein sehr gutes und hilfreiches Werkzeug. Unbewusste kognitive Erinnerungen und Erlebnisse können unmöglich bearbeitet werden. Allein und einzig ist nur das möglich, dass man vorbewusste Inhalte der Vergangenheit wieder aktiviert. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass diese Erinnerung zumindest einmal bewusst gewesen sein muss und dann in Vorbewusste in das Langzeitgedächtnis verschwunden ist. Das bedeutet, dass wir als Baby zu den Zeiten, als unser Bewusstsein langsam entstanden ist, etwas bewusst schon wahrgenommen haben und diese Erinnerung jetzt eben in unser Langzeitgedächtnis verschwunden ist. Typischerweise können gewisse Trigger solche Erinnerungen hervorrufen, sogar nach Jahrzehnten. Hierzu führte und führt bis heute Professor Gerald Roth, Neurobiologe und Philosoph, jahrzehntelang Forschungen. Das Buch »Wie das Gehirn die Seele macht« ist höchstwahrscheinlich bekannt. So ist in manchen Fällen gar der einzige Weg, über den Körper die Heilung anzustoßen, wodurch alle anderen Zacken des Sternes, wenn du noch an ihn erinnerst, mit aktiviert werden. Das heißt, dass zumindest der heutige, momentane Zustand des Geistes und der Gefühle, wenn auch nur bedingt, aber verändert werden könnten. In der nächsten Folge wirst du unter anderem den Begriff des Weißen Geistes kennenlernen und wir schauen uns an einem konkreten Beispiel von Versagegefühle an, wie es funktioniert und wie du ihn zur Emotionsregulation selbst anwenden kannst. Du wirst auch mehr über die für uns so typischen, speziellen Strategien wie Grübeln und Ablenkung erfahren. Wenn dir die Folge von Traumafänger gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du uns abonnierst. Folge uns gern auch auf YouTube oder schließe dich uns auf Facebook an. Die Links findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir vielleicht noch einen Spaziergang in deinem ganz persönlichen inneren Garten. Bis bald und schöne Grüße, Gabriela. 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 Bis bald und schöne Grüße, Gabriela.